Die Stars lieben Halloween! Auch im Hause Kardashian-Jenner macht sich so langsam wieder die schaurige Jahreszeit breit. Promiflash fasst die schönsten Looks der berühmten Schwestern für euch zusammen. Kim Kardashian zeigt seit einiger Zeit ihre Wandelbarkeit als Elle Woods, Carole Baskin und Mystique. Im vergangenen Jahr begeistert die 44-Jährige ein Partnerkostüm mit ihrer Tochter Northwest. Gemeinsam mit ihrer Ältesten stellt Kim die beiden Hauptfiguren aus dem Film Clueless nach. Auch Khloe Kardashian scheut in der Vergangenheit keine Kosten und Mühen. Im Oktober 2022 schlüpft sie gemeinsam mit ihrer Tochter True in ein Katzenkostüm. Zuvor glänzt das Mama-Tochter-Duo auch im Dalmatina-Look. Kylie Jenner und Travis Scott werfen sich im selben Jahr auch mit ihren Kids in Schale. Gemeinsam verkleinen sie sich als Engel. Im vergangenen Jahr überkommt auch Kourtney Kardashian die Lust am Verkleiden. Mit ihrem Mann Travis Barker gehen sie als Beetlejuice und Lydia. Die kinderlose Kendall Jenner nutzt das Gruselfest, um sich besonders in Schale zu werfen. Vor zwei Jahren überzeugt sie in einem sexy Cowgirl-Kostüm. Was sich der Kardashian-Jenner-Klan wohl in diesem Jahr einfallen lässt, bestimmt bekommen ihre Fans bald Einblicke.